In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor tausend Jahren gestorben und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus neun Unterfunktionen. Die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt. Von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elisabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpfer. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal. Unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt. Und Möglichkeiten. Und die Zerstörung bringt. Hier läuft die Zeit davon, Elisabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann... Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese. Unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme... ...sehe ich dich, Elisabeth. Du wartest auf mich. Obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich. Nur ganz kurz... ...bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur. Meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Was? Wenn das nicht Alois ist. Die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also. Was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides. Tatsächlich. Aber. Ich sollte. Oh nein. Ich hab dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast. Und meine Familie. Hab ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay. Aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich geb dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ähm. Ich erklär dir alles unterwegs. Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Wollen wir? Okay. Ich hab auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokus-Lektion. Klingt gut. Fangen wir an. Menschen. Homo Sapiens. Wir. Wir haben die Grenzen immer getestet. Als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Phasenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Phasenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie den Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist. Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Die alten konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Äh, also, ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Gab Elisabeth ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität. Neue Infektionen. Defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Phaseneth glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Kolonie auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon. Aber Sie sahen doch nicht. Wie? Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappt am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Da. Das Bäcker. Es sollte da drin sein. Da kann ich nicht überschwemmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Anso? Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von neuen Unterfunktionen ist Gaia der Kern des Systems in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutiv-Zusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elisabeth hätte das Backup hergeschickt. Was nicht stimmt. Vorher sehen er das Gaia gestohlen. Eloy, warum sieht die Frau aus wie du? Äh, ähm, ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es es ist noch mehr. Sie heißt Gaia und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, war. Es gibt keiner. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir da hin. Okay? Drei von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Oseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Hey, Lloyd! Glaub mir! Und weg ist sie. Das Shuttle hängt in den Seilen. Ich muss auf den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Ähm. Sch... 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 Schensen! Ah, du wirst ja nicht abhauen, oder? Oh, hier ist es ja! Gaia Version 6.9 Initialisiere Hallo Hi Elisabeth? Travis Tate Na, was haben wir denn hier? Eine Farcene-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse! Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangen brucht! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten! Ich habe keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer! Sondern die Logikbombe überhaupt! Also, viel Glück beim Reparieren der Daten! Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet! Aloy? Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich dir doch schon! Es ist nicht Gaia! Nicht das, wonach ich suche! Das ist eine Fälschung! Die Göttin! Ich schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanzen, der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich hab seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber meist der Spion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon. Könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay. Okay. Ja, einen Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich... Hab ich eine bessere Idee. Okay. Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin, ein königliches Willkommen. Mach Platz. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Beim Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja. Aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Die krieg ich niemals da raus. Was? Übertragung. Übertragung. Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangsliff, aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das Ganze dann öffnet sich. Kann die Kreische sich das wohl erklären? Das ist der Knochen. Das ist der Knochen. Ich bin tief fest. Mistkerl. Na, Eloy. Du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das sie entweckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nachdem du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest. Wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Eloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich habe keine Wahl. Du bist reingegangen, er veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist dem Verboten in Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja. Das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ah. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Erwart einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah. Der Sonne gültig. Aloy. Schön, dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen, wie der Streiterin jetzt für ein Speer? Bitte? Itaman, sei still. Es stimmt. Wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Ulfith. Vanascha. Schnell. Geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Du musst das sein. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von Dintirnakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch. Zwei Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wird es. Vertraue mir. Die Dornrücken sind überall hell. Einer weniger! Das hier! Dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine... öden Patrouille noch. Nur der Kampf. Nur der Kampf. Eloy? End. 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 Leib wo Du bist. Ich mach den Rest. Genau zur rechten Zeit. Wie immer. Tja. Du hattest den schweren Teil für mich... ...blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist das? Das hier, wer braucht schon Rippen, ne? Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt, nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig! Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbeiteilen, der ist nicht so toll. Aber, aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? Na ja, klar. Erend! Ich störe euch Toteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme! Es wird dir immer besser. Hör zu. Ich lasse mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester, den Gelehrten Buadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Buadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebtwohl. Wie bitte? Du? Bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du, du haust ab. Wer tut schon sowas? Erinnert, dass ich gegangen bin. Und wie, hat er einen Grund. Einen guten. Danke, jetzt bin ich schlauer. Hör mir zu. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr und nur ich kann es retten. Was meinst du damit? Genau das, was ich gesagt habe. Jedes Leben wird sterben, wenn ich nicht... ...einen Teil der Technologie der Alten in Ordnung bringe. Und die Zeit läuft uns davon. Ich... Ich schätze, das ist ein Grund, okay? Ich bin ein Idiot. Erinnert! Bei der Schmiede! Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, hey, nein, du bist doch sicher anderswo gebraucht. Wir kommen ohne dich klar. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung! Du bist nicht Gardist, Erinnert. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich alle Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich... Ich sollte doch drei Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Boadis. Wie Eloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Eloy. Unser Stichwort. Wird es so besser? Wenn die Welt untergeht, will ich dabei nicht nüchtern sein. Lass mich raten. Du hast es eilig, also frag einfach, wenn du was brauchst. Was weißt du über die Gesandtschaft? Nicht viel. Nur, dass er Wart sie unbedingt entsenden will. Er will partout Frieden mit diesem Tenakt. Aber wie ich höre, sind die nicht sonderlich erpicht auf Diplomatie. Sie lassen klingen und Pfeile sprechen. Wenn du zu ihnen gehst, sei vorsichtig. Das könnte schnell übel werden. Ich werde dran denken. Ich sollte dann mal los. Klar, zu deinen komplizierten Eloy-Sachen. Vielleicht verschwindest du dieses Mal nicht völlig. Kann nichts versprechen. Also, was ich sagen wollte, wenn du mich jemals brauchst. Weiß ich, wo ich dich finde. Nächstes Mal hoffentlich nüchtern. Verlass dich nicht drauf. Pass gut auf dich auf, Eloy. Wie können wir eine Gesandtschaft stattfinden lassen mit einem Stamm, der seine Leute nicht im Griff hat? Was will man von solch ungebildeten Wilden noch erwarten? Ah, Eloy, nicht wahr? Ja. Die, die das Tal für euch gesäubert hat. Die, Eloy. Wir wertschätzen deine Dienste. Wir sind bereit für den Beginn der Gesandtschaft. Ihr habt doch das Signal gegeben. Beide Seiten müssen Bereitschaft signalisieren. Bis die Wilden ins Horn stoßen, warten wir. Ja, denn die Ersten werden... Klappe. Was dauert da? Die Tenakt sind ein Stamm, der aus drei Stämmen besteht. Wie viele Banner siehst du denn? Ihr wartet einfach. Findet raus, was los ist. Das ist nicht der wilde Osten, aus dem du stammst, Nora. Das ist der verbotene Westen. Gefällt's dir nicht? Lauf nach Meridian und beschwer dich da. Das Meridian, das ich rettete? Ganz recht. Niemand geht durch das Tor, bis der dritte Clan da ist und das Tenaktown erklingt. Nicht einmal die Retterin von Meridian. Danke, aber ich hab genug gewartet. Zeit zu gehen. Auf gar keinen Fall. Diese Gesandtschaft erfordert die Einhaltung von... Lass das sein! Ja, was immer du sagst. Da kommt eine Maschine. Da sitzt jemand drauf. Wow. Öffne bitte die Tore. Lass sie nicht durch dieses Tor! Das ist ein direkter Befehl! Sorry, das geht nicht. Und wenn es die Königswitte persönlich ist, die Tore bleibst du, bis das Ton erklingt! Ich bitte höflich. Was soll ich denn nur tun? Das wird echt klappen. Das war's! Nehmt sie fest! Könnt ihr gern versuchen! Feuerunterstützung? Einsatzbereit. Hey! Nozah! Du dummer Mistkerl! Du meinst, du darfst das Tor vor den Augen der Retterin Meridians geschlossen halten? Was meinst du, wird Sonnenkönig erwahrtun, wenn er davon erfährt? Dich befördern? Ha! Ach, lass sie durch, Jungs! Wenn's die Welt rettet! Na, warst du im Meridian vergessen? Schau, Val! Ist doch egal. Hat ja geklappt. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb! Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Karja vereinbart. Ich bin keine Karja. Ich kam unabhängig her, um Durchlast zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Den Karja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Karja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment! Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Karja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lass mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird? Ein tapferer Nora-Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian? Nur Aloy. Ich bin verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Karja, Armee der untergehenden Sonne. Du bist verscharf? Avat gab mir eine Botschaft. Er wartet in Meridian, wo du hingehörst. Hm. Avat war schon immer höflich. Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht. Schließlich vertraut dir der Sonnenkönig. Aber solche Verbindungen zu den Karja könnten hier schlecht für dich sein. Das weiß ich nur zu gut. Du siehst ja. Hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Gräuel zu lindern. Und jetzt kommst du. Ohne Vorfahren. Ich will kein Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Was sagst du? Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir. Aber es wird dir nicht gefallen. Vor sechs Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei. Sie wird jeden Tag schlimmer. Deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemandem, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Ikaro kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast. Hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsklan-Banner! Marschalle. Es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsklan. Und der Kommandant? Ah, nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller drei Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger. Na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist dir los? Durch allen Tenak gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann brech ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschalle nicht zu. Du willst dich aus Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Die Kaja öffnen die Tore. Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Verschaue! Hört, Marschalle! Die ihr Tenak sein wollt! Begala. Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalen verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja! Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hilkaro hat uns verraten! Die Gesandtschaft beweist es! Und ihr Marschalle seid seine Komplizen! Dafür habt ihr den Tod verdient! Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns, Verbannte! Lanzen! Formieren! Sie reiten Maschinen! Wo haben sie das gelernt? Silence! Verschaff! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! In Deckung! Hey! Schützen! Wehrt sie ab! Flankieren! 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 Zu den Kaja! Überrennt sie! Das werden sie nicht schaffen. Öffnen die Tore! Öffnen die Tore! Schnauern klar! Gebt mich klar! Los, Feuer frei! Ich sehe kein Ziel! Was war das? Was? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Nein! Nein! Genug! Ihr da! Fremde! Ich häupte euch! Häuptling, gewährt mir die Ehre des Vortritts. Nun gut. Ja! Jetzt, du Kleine! Na komm! Trau dich runter und stell dich! Nein! Das war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschelle dezimiert, die Karja besiegt. Unser Krieg gegen Hecaro beginnt! Aufmarsch! Schaff ihn ins Lager! Los! Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Bleib mir wohl nur errennt. Vorerst. Los, komm! Ich bring dich zur Festung. Ich hab dich. Lass uns plündern, Jungs. Es hält wohl nicht viel aus. Aber ich sollte damit gleiten können. Äh, Loi. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das seh ich auch so. Die Marschelle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Karja-Delikation wurde getötet. Mausar, Wadis, Verschaff. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenakt-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenakt-Gebiet? All das da draußen? Das ist Niemandsland. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen retten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaru-Grenze. Aber warum... Das ist schwer zu erklären. Damit gewinne ich einen Überblick. Wenn du meinst. Kann ich dir sonst noch etwas helfen, bevor du aufbrechst? Ich sollte dann aufbrechen. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Und das mit deinen Freunden. Die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Eloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Die Sonne schütze dich, Eloy. Die Sonne schütze dich, Eloy, die nicht zerstören soll. Ja. Diesmal dauerhaft. Sogar suchst du eine Gefahr für Gaia. Wenn sie wieder blind wurde. Also hast du das Gaia-Backup noch nicht sicher gestillt. Dann ist Gaia tot. Erde und du verloren. Trotz Fehlfunktionen. Trotz Fehlfunktionen. Ich habe gewonnen. Es reicht. Beenden wir es jetzt. Glaubt Eloy immer noch, dass sie Gaia wieder erwecken kann? Das Leben auf der Erde retten kann? Ja. Eloy glaubt das. Dann bist du. Fehlgeleitet. Vernichtung unvermeidlich. Was weißt du schon davon, Hades? Du wolltest die Erde zweimal zerstören und bist beide Male gescheitert. Das Einzige, was du je vernichtet hast, warst du selbst. Und dieses Mal hatte dich keine Lanze. Das ist inkorrekt. Dreimal hat Hades Leben ausgelöscht. Was? Was weißt du noch? Ja. Daten intakt. Nicht lebensfähige Biosphären wurden 2154, 2161 und 2168 aufgegeben. Und? Das war vor Jahrhunderten. Dazu wurdest du geschaffen. Aktuelle Biosphäre, Version 5. Es wird keine Version 6 geben. Das muss es auch nicht, denn ich werde diese retten. Du, du hast dich ergeben, es sind nicht zu. Mastanüberbrückung aktiviert. Zum Aktivieren, HVO-Tang eingeben. Elisabeth Sobeck, Alpha Prime. Mastanüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereinigt. Mastanüberbrückung finden. Wlan vor mir war sie aber teilt. Mastanüberbrückung neu. GChevek. Mastanüberbrückung. Losdermannkrieg. Mit Hilfe er haben sie große St供se? um habe es gekümmert ja könnte er dieses mal vielleicht tot bleiben wird er vertraut vertrauen vertrauen da ich das getan habe was du nicht konntest und das unbezahlbare wissen von hardes extrahiert habe kannst du darauf vertrauen dass ich dieses mal wollte dass du ihn zerstörst also sind wir wieder bei hologrammen angekommen hast du angst dass ich dich umbringe es gibt einen grund und du nutzt immer noch dieselbe spyware wie ich sehe also hättest du einfach rangehen können wenn ich anrufe aber du wolltest wohl einfach weiter spionieren mir geht es schon seit monaten nicht mehr um dich ich musste arbeit erledigen stundenlange recherche so intensiv und zeitraubend wie sie auch für das schicksal des planeten wichtig ist ja natürlich du willst einfach nur die welt retten das stimmt der unterschied ist nur dass ich im gegensatz zu dir ergebnisse erziele hast du ein geier backup gefunden oder nicht ich glaube schon wo voila warum glaubst du habe ich dich hergebeten hinter der luke mit generkennung liegen rest einer anlage in der das hardes löschprotokoll perfektioniert wurde ein test kreislauf der hunderte von szenarien getestet hat alle mit einem gaya backup das hat hardes die erzählt ich musste ihn überzeugen aber ja also bist du bereit das zu holen wonach du seit sechs monaten suchst oder willst du einfach mit offenem und darum stehen in ordnung ich suche in der einrichtung nach einem gaya backup aber damit das klar ist silence wenn das wieder einer von dein tricks ist es ist eine luke mit generkennung du bist die einzige person die sie öffnen kann wie sollte das eine falle sein können wenn du mich noch einmal rein liegt silence dann treffen wir uns zu unserer nächsten unterhaltung wirklich obwohl du nicht viel sagen könntest weil mein speer in deinem hals stecken würde eloi dank mir ist alles was du dir wünschst was du in den letzten sechs monaten versucht hast zu erreichen endlich in reichweite also ich weiß dass du als nora ausgestoßene keine manieren gelernt hast aber in einer solchen situation sagt man danke und dann sage ich gern geschehen bringen in dei eins zwei sogar ich hätte mir langsam sorgen gemacht daten fußabdruck gering 98 prozent speicher das kann nicht stimmen Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Systemkern. Keine Unterfunktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte ja. Ohne Unterfunktionen. Eiloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte, warte, warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen! Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat? Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Ja, weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Wir versuchen was. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hätte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein... ...und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah. Naja. Also das. Warnung. Eindringlinge. Warnung. Eli. Du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neu geboren. Daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist. Was du bist. Ein Klon von Elisabeth Sobeck. Ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt. Dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Verlausch mich mal damit. So. Neuer Fokus ohne Spyware. Okay. Denk nach. Denk, denk, denk. Ich... Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke, da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. So. Hilfersprechend. Bitte. Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist. Fantome, Peter! Fantome, Peter! Fantome, please. Fantome, die du befestigt. Nein, danke. Verzichte! Aber die Affi... schon genug probleme eric ja wie wär's mit ein wenig downsizing sicher was wenn sie den impuls schickte dann war das töricht von ihr aber wir haben was wir wollten setzen wir es ein in vr töte ich ständig aber dieses zittern wenn das leben entweicht das bekommt kein holo hin klar war nur schön weiter macht ich zum tollen ziel du meinst dieser primitiven schrott kann mir etwas anhaben das wird lustig das ding zu zerstören bringt nichts wenn es abstürzt dich umbringen weshalb sie den ganzen spaß allein zu gönnen es 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 Verflucht! Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Okay. Perfekt. Oh. Oh. Raus. Das. Das war... Sth. Schon gut. Ich bin hier. Ich... Ich muss... hey hey langsam immer langsam hey 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 alles da so wie du ihn vorhin umklammert hast sehr wichtig sein wo sind wir ein außenposten des utaro stammes nicht weit von deinem sturz wir haben keine zeit ich habe was gefunden ja das hast du unterwegs gemummelt was auch immer du da gefunden hast du kannst jetzt nicht wenn es sein muss kriege ich okay gut aber vorher musst du mit jemandem reden mit einer utaro so sie hat von ärger in den bergen gesprochen von einer höhle aus der maschinen kommen das kann kein zufall sein warum brauchen wir sie gehen wir zur höhle sie liegt im gebiet der utaro in ihrem gebiet sie kann uns helfen glaubt mir gut dann auf zur fabelhaften so grüne gliedmaßen welken wurzeln faulen im schnee doch der samen wird wachsen so sicher wie stein sie sollte im bett sein sie lässt sich nicht sagen du bist also so war meint wir sollten reden über die maschinen in den bergen westlich von rhein klang ich bin grabe sind mein platz ist hier erhol dich erst mal was hat es denn sie heißt re nicht es eine unserer landgöttinnen und sie stirbt doch nicht nur das sie leidet ihr zustand geht dich nichts an so wenn jemand helfen kann dann aber sie vorhabe sieht schmerzhaft aus wird dir aber helfen schwer ja wir müssen uns doch unterhalten also gut hier entlang die berge westlich von rhein klang es gibt ärger ärger haben die utaro überall unsere ernte ist verdorben unsere siedlungen verlassen aber in der höhle in den bergen ist es am schlimmsten sie ist ein heiliger ort fa eine unserer landgöttin ist vor wochen hinein gegangen aber noch nichts wieder herausgekommen dafür kommen tödliche maschinen raus und überwältigen uns es ist noch nie geschehen wäre nicht eine erste heilige höhle ich muss mir die höhle ansehen was das ist niemandem erlaubt zeit für eine ausnahme sie gehört den landgöttern hör zu da ist noch etwas anderes drin etwas das problem auf der ganzen welt lösen kann die stürme die störung vielleicht sogar eure kaputten landgötter was soll das denn bitte sein ein geist ja so in etwa ja ich könnte zurück nach rhein klang den chor versammeln erzählen wie du re beruhigt hast sie um erlaubnis bitten reinzugehen großartig ich hole meine sachen sie braucht ruhe das brauchst du mir nicht zu sagen alles gut es wird dauern den kur zu versammeln kurier dich aus dann komm gut bett hohe verstanden sie braucht dich nicht um zu heilen du könntest mit mir nach rhein klang kommen mich dabei unterstützen den kur zu überzeugen vielleicht das tue ich gern aber vielleicht rennt sie weg wirklich in ordnung bis später so warte es ist nicht dass ich nicht mit dir gehen will aber aber ich ist es das was du sagen wolltest ja dann freue ich mich schon wieder mit dir zu reden ja ich mich auch du sollst dich ausruhen war du solltest mit gehen ich werde von allein wieder gesund du willst mich loswerden damit nein diesmal nicht wir treffen uns im reinklang wenn ich bereit bin bist du sicher ja geh verschwinde hier okay so warte wer sind die ich bin hier wie versprochen der gesang heißt das der kurs bereit er ist versammelt ich hätte das nicht geschafft ohne wahl aber ich weiß nicht ob das etwas bringen wird das der kurs sinkt in dissonanzen das mit der höhle ist schon schlimm genug landgöttin fahr ist immer noch nicht wieder da und mit jedem tag drängen mehr tödliche maschinen ins freie greifen die verteidigung an die wir um den eingang herum aufgestellt haben aber das ist nur einer von vielen falschen tönen mit deiner nachfrage hast du viele spaltungen im chor selbst sichtbar gemacht und im stamm also ist der kurs bereit was jetzt sie diskutieren über deine bitte sollten wir dann nicht mit ihnen reden wenn du bereit bist aber keine angst so schnell ist ihre debatte nicht vorbei solche versammlungen können tage dauern okay dann sollte ich vielleicht erst meine vorräte aufstocken wer weiß wie viele maschinen in der höhle sind vorausgesetzt dass der chor dir einlass gewährt eloi kann in solchen situationen ziemlich überzeugend sein abwarten bereite dich vor wir warten oben auf dich wo der chor versammelt ist sie singen einfach weiter das heißt der chor tagt immer noch die menschen singen um den chor zu beruhigen und ihnen weiter zu helfen während sie im einklang wäre das nicht nötig ich muss doch nicht zurück singen oder natürlich nicht sie hören auf zu singen wenn wir uns vorstellen bereit okay gehen wir zu ihnen aber die 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 eure heilige höhle darin ist etwas das ich brauche wenn ich es habe werde ich und der nur haben uns von dir und deinem anliegen erzählt wir wissen nichts von einem geist in der höhle nur von far unserer landgöttin die dort hinein ging und nicht wieder zurück kam die macht der landgötter ist gebrochen wir sind geschwächt geister erzählung helfen uns nicht nichts wird helfen wir werden schwächer wir sterben und werden fruchtbarer boden für neues leben das ist die natürliche moment ihr wollt einfach herumsitzen bis ihr alle zu wurmfutter werdet ernsthaft sagt die fremde die unseren glauben nicht kennen bitte vergesst nicht wie sie ihre frieden brachte hör ihr zu du hast schon mal so unbesonnen gehandelt so wir sollten nicht vergessen dass du den krieg gegen die kaja angefacht hat immerhin will sie helfen wie indem sie dazu einlädt mit unseren traditionen zu brechen sollen wir uns den wünschen jeder unverschämten fremden anpassen die nach reinklang kommt nein ihr solltet euch anpassen weil eure eigenen lande euch umbringen wir waren dabei und haben gesehen wie die landgötter sterben und das sollen wir bei unseren nachbarn auch machen und unseren kindern und diese eine fremde kann uns ein einziges saatkorn ist im unendlichen kreislauf von wachstum und tod bedeutungslos ein alarm er kommt aus den bergen maschinen durchbrachen die absperrung dann sollten wir helfen was ist mit dem chor wenn die absperrung gefallen ist hält uns nichts davon ab in die höhle zu gehen die zeit für erlaubnis ist vorbei dann mal los um zu verstehen was darin vor sich geht brauchst du das ja auf die schläfe genau so an der tür ist blaues licht ja da gewinnst du dich dran keine angst ich helfe dir hat so die maschinen gegen die wir kämpfen sind anders gefährlicher das heißt dass hinter dieser tür etwas sehr mächtiges auf uns wartet dass uns tot sehen will folgt mir und seid auf alles gefasst was hat hier fest aus ihr angetan eine waffe aus ihr gemacht die die früher oder später genutzt werden wird und dann ein klang wenn mein volk sieht was daraus geworden ist wenn eine seiner gottheiten ist angreifen ihr wisst was zu tun ist sie trauert um eine maschine die uns fast umgebracht hätte sie ist immer noch ihr gott ich trauere nicht um einen gott oder eine maschine sondern weil ich meinen glauben verloren habe weißt du so wenn du willst kannst du heim gehen habe ich noch ein heim und wenn ja wie lange noch kannst du unsere lande wirklich heilen mein volk retten schritt für schritt und wir fangen hier an die die Ich bin immer infiziert, zerstörer der Luftschwitter Epsilon. Die muss man nicht ersetzen! Zulich, Energie, Umweichung. Wir schon stehen vor. Wir sind in die Netzwerke. Sein Kaum ist unausweichlich. Nicht schlecht. Na dann mal hoch. Noch mehr? Wie Aloy sagte, das ist erst der Anfang. Nein! Minerva, gib mir die Konsole. Bitte. Zutritt verweigert. Das war früher mal anders. Was? Erinnerst du dich nicht? An irgendwas? Du warst mal Teil von etwas Größerem. Etwas Gutem. Gaia. Genau. Sie kann wieder leben. Aber du musst ihr die Chance geben. Ohne dich geht kein Neustart. Bin ich dann weg? Du wirst wohl in ihr verschwinden. Ein Teil von ihr werden. Wie du es warst. Ja. Ja. Danke. Danke, Minerva. ... Elisabeth Sobeck, Alpha Prime. Master Überbrückung aktiviert. Stelle Original Code für Minerva wieder her. Heuristische Matrix initiieren. Geil. Hallo, Dr. Sobeck. Heuristische Matrix Geil. Geil. Das klingt gut. Benötigen deine Gefährten Zugriff. Sie werden bald hier sein. Ähm... Gut, aber... Bitte überfordere sie nicht, okay? Sie sind nicht sehr erfahren mit Dingen wie... Nun ja... Dir. ... ... ... ... ... ... Dieses Mal keine Fälschung? Nein. Dieses Mal ist sie echt. War so. Das ist Gaia. Hallo. Hi. Hi. Gaia, äh, wacht gerade noch auf. Sehen wir uns mal um. Ich markiere die Position des Labors auf dem Fokus. Hallo, Aloy. Äh, hi. Du bist bereit? Ja. Die Initialisierung ist abgeschlossen. Die Tests haben gezeigt, dass meine heuristische Matrix stabil und einsatzbereit ist. Du hast sicher viele Fragen. Ja. Aber erst hab ich zwei große. Wir bekommen die Biosphäre nicht wieder hin, ohne dass wir dich ganz machen. Ich suchte im Hades-Labor nach deinen Unterfunktionen, konnte dabei aber nur Minerva finden. Zum Glück ist die Sensorik dieser Einrichtung deutlich fortgeschrittener. Ich suche jetzt die anderen. Übertrage Suchmuster. Empfange. Von Apollo, Artemis und Eluthia fehlt jede Spur. Sie sind verschwunden. Und die anderen? Äther, Demeter und Poseidon sind sichtbar. In Reichweite. Beschaffbar. Und Hephaestus? Ebenfalls sichtbar, aber anders als die anderen. Natürlich. Seit dem Vernichtungssignal hat Hephaestus sich weiterentwickelt. Außerdem ist er nicht an einen festen Ort gebunden. Er spukt im globalen Netz, das Brutstätten auf dem Planeten verbindet. Was ihn außergewöhnlich widerstandsfähig macht. Aber wir brauchen ihn, oder? Korrekt. Seine Fähigkeiten sind essentiell. Ohne ihn kann ich die Ausrottung der Erde nur hinauszögern. Hephaestus ist die einzige Chance auf eine dauerhafte Lösung. Wir fangen mit ihm an? Das ist leider nicht möglich. Ein Versuch, Hephaestus zu beschaffen, ist erst möglich, nachdem meine Fähigkeiten erheblich verbessert worden sind. Zuerst die anderen Unterfunktionen, dann Hephaestus. Genau so ist es. Also, Eta, Demeter und Poseidon. Wie komme ich an sie ran? Zur Wiederherstellung einer Unterfunktion musst du an ihrer Position reisen und den physischen Prozessor finden, in dem sie steckt. Dann musst du genau wie bei Minerva die Master-Überbrückung nutzen, um die Unterfunktion auf ihren ursprünglichen Code zurückzusetzen. Und wie bekomme ich sie hierher? Die Unterfunktion muss auf ein Speichergerät geladen und anschließend in diese Einrichtung hier gebracht werden. Das Modul mit deinem Systemkern? Ja. Die Kapazität ist begrenzt. Es kann immer nur eine Unterfunktion zeitgleich gespeichert sein. Aber für alles andere wird es reichen. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Vor einer Weile begegnete mir eine Gruppe Fremder, die mich töten wollten. Sie hatten Servitoren und einen... äh, ein Klon von Elisabeth Sobeck dabei. Ja, das hat dein Fokus aufgezeichnet. Weißt du, wer sie sind? Die Antwort darauf hängt mit dem Ausrottungssignal zusammen, das Hades weckte, woraufhin meine Vorgängerin sich selbst zerstörte. Das Ausrottungssignal? Okay, das klingt bedrohlich. Das Signal stammte nicht von der Erde, Aloy. Die Berechnungen sind hochkomplex. Aber anscheinend liegt die Quelle 81 Billionen Kilometer entfernt. Eine so große Entschärnung, dass sogar das Licht 8,611 Jahre dafür braucht. Okay, also... Was ist so weit weg? Und warum will es uns töten? Das Sternensystem Sirius. Sirius? Da wollte Fasenith sein Schiff. Die Odyssey. Ja, da wollte es hin. Es explodierte... Außer... Ich ver... Warum sollten sie das vortäuschen? Es sollte niemand wissen. Alle zukünftigen Menschen sollten glauben, dass sie nicht dort sind. Moment. Die Fremden, die mich im Hades-Labor töten wollten, die den Klon hatten. Soll das heißen, die sind von... Sie sind Nachfahren von... Fasenith? Ja, davon gehe ich aus. Ich sollte dann wohl mal langsam Unterfunktionen sammeln gehen. Was weißt du über ihre Positionen? Als meine Vorgängerin sich zerstörte, suchten die Unterfunktionen nach geeigneten physischen Prozessoren. Du suchst also jeweils nach einem leistungsstarken Computer, der sie enthält. Äther ist am nächsten und könnte somit am einfachsten zu beschaffen sein. Allerdings... scheint es sich inmitten von Tenakts Gebiet zu befinden. Mein Wissen über den Stamm ist begrenzt auf die Daten auf deinem Fokus, aber sie haben offenbar einen extremen Hang zur Gewalt. Das ist schön ausgedrückt. Was ist mit Poseidon und Demeter? Poseidon hat Zuflucht in der Wüste südlich von hier gesucht. Meine geografischen Daten weisen dort auf eine große Siedlung der alten Welt hin, die Las Vegas genannt wurde. Eine Ruine mitten in der Wüste, ja? Seltsamer Ort für eine Wasser-KI. Stimmt. Was Demeter angeht, sie befindet sich wohl an der Küste tief im Westen. Leider kann ich keine relevanten Daten zu dieser Region zur Verfügung stellen. Daher könnte das unser schwierigstes Ziel sein. Okay, also müssen drei Unterfunktionen beschafft werden. Äther irgendwo tief im Tenak-Gebiet, Poseidon in der Wüste und Demeter an der Küste. Wo wirst du anfangen? Ich hole mir wohl Äther. Dann lege ich Äther auf deinem Fokus als Ziel fest. Wenn du Erfolg hast, kann ich damit vielleicht die schlimmsten Stürme der Region bändigen. Aber ich brauche Hephaestus und seine Kontrolle über Maschinen, um die Biosphäre dauerhaft zu stabilisieren. Wenn du es dir anders überlegst, kannst du dein Ziel jederzeit über dein Fokus-Interface ändern. Ich werde außerdem eine Zusammenfassung verfügbarer Daten über die Unterfunktionen an dich übertragen. Kann ich noch etwas für dich tun? Ich weiß, dass auf dich viel Arbeit wartet. Denke ich auch. Stimmt etwas nicht? Ähm, ich weiß nicht, also... Elisabeth hat die Messlatte hochgesetzt. Sie hatte den Plan, das Leben auf Erden zu retten, aber vieles ging schief und jetzt hängt eben alles von mir ab. Meinst du, ich schaffe das alles? Das System vereinen? Faseneth besiegen? Ihrem Beispiel folgen? Definitiv. In ihrer letzten Botschaft drückte meine Vorgängerin ihren festen Glauben an deinen Erfolg aus. Durch dich wird alles möglich. Du hast Hades beseitigt und meinen Systemkern neu gestartet. Du wirst erfolgreich sein. Danke, Gaia. Also ich... Ich sollte dann mal los. Die Ausgänge der Einrichtung sind nun offen. Einer davon führt nach Westen. Der andere führt den Berg hinab nach Rheinklang, falls du nach Osten zurück willst. War? Wow, daran muss ich mich noch gewöhnen. Bist du, Taylor? Äh, ja. Gaia hat nun die Ausgänge geöffnet. Wartest du mit Zoe an der Westtür? Sind gleich da. Ich muss weiter nach Westen. Ich, ähm... Sammle mehr von Gaias Komponenten, um sie zu stärken. Ihr beide könnt so lange hierbleiben. Gaia erzählt euch alles Neue. Ich will euch nicht loswerden. Das ist, ähm... Training. Also, ich geh wieder nach Osten und hol Erend. Bring ihn her. Schau. Verbündete. Freunde. Können helfen. Wir können jetzt hier wohnen. Und wie du sagtest, erklärt Gaia uns alles. Das wird schon. Okay. Dann nimm die. Einer für jetzt, einer als Reserve. Wenn du schon dort bist, schau in Steinhall bei Milu vorbei. Sie soll Talana sagen, dass ich einen Weg über die Berge gefunden hab. Danke. Und du? Gehst du mit ihm? Nein. Nach den Geschehnissen in der Höhle... ...bleibe ich lieber erstmal hier. Ich muss über vieles nachdenken. Wenn du wieder zurück bist, kann ich dir vielleicht etwas beibringen. Ich freu mich drauf. Wann kommst du zurück? Ich... Ich weiß noch nicht. Aber hoffentlich hab ich dann eine von Gaias Komponenten. Vorsicht da draußen. Sogar in Reinklang hörten wir davon, dass die Tenaks unter Stürmen, Maschinen und jetzt Regaler leiden. Macht euch keine Sorgen. Ich komm klar. Gute Jagd, Aloy. Regalas Truppen erscheinen jetzt vielleicht stark, aber... Ihre Maschinen töteten meinen ganzen Trupp. Vergiss nicht die Visionen. Die Alten wählten ihren Kampf nicht. Dennoch blieben sie standhaft. Sie wankten nicht. Und wir auch nicht. Blut der Zehn. Du bist gekommen. Du weißt, wer ich bin? Die Kriegerin mit dem Haar wie Feuer, die Regalas Champion in Fahrlicht besiegt hat. Ja. Du bist uns bekannt. Ich bin Dekka, Kaplanin des Tiefland-Clans. Willst du zu Häuptling Hekaru? Nicht ganz. Ich brauche etwas von hier. Was immer du brauchst, wird der Häuptling erfüllen. Komm. Eine der Visionen, die du erwähnt hast? Ja. Die Berichte der Zehn. Ich zeige sie dir, wenn du magst. Auf dem Weg zum Häuptling. Na schön. Gehen wir zu Häuptling Hekaru. Er ist im Thronsaal. Am Ende des Hains. Komm. Sei willkommen in den Berichten der Zehn. Es ist unter dem Thron. Ich sehe dich bald, Fremde. Die Retterin von Meridian. Es heißt, du hast Regalas Truppen vor Fahrlicht abgewehrt. Und ihren Champion Grudda besiegt. Im Zweikampf. Beeindruckend. Ich traf auch Verschaff dort. Er beschrieb dich als Ehrenmann. Und Krieger. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust von vielen. Wir werden noch lange am Massaker an unseren Marschellen leiden. Doch wenn du uns jetzt deine Dienste anbietest, wäre das eine große Hilfe. Nein, ich will nicht für euch kämpfen. Ich brauche etwas aus diesem Keller. Etwas, das viele Leben retten wird. Auch deins. Man kann es zwar nicht sehen, aber es ist da und es... Jetzt kenne ich deinen Preis. Nun nenne ich dir meinen. Meine Marschelle sind tot. Ich brauche deinen Speer. Hilf mir, meine Feinde zu besiegen. Und ich gewähre dir Zutritt zu der Kammer unten. Ich stehe nicht zum Verkauf. Ich bin keine Söldnerin. Ich will Leben retten, mehr als du zählen kannst. Ich zähle die Leichen getöteter Marschelle. Ich zähle noch hunderte Tenakt, deren Leben auf dem Spiel steht. Ich werde für sie kämpfen. Ich werde jeden töten, der den Frieden bedroht. Und du auch. Wenn du möchtest, dass ich für dich die Tür zur Kammer unten öffne. Okay. Nach deiner Logik, was hindert mich daran, dich zu töten? Und zu nehmen, was ich brauche, um alle zu retten? Versuche es. Vielleicht gelingt es sogar. So oder so musst du kämpfen. Mein Plan kann Regala und ihr Gemetzel vielleicht aufhalten. Gut. Was brauchst du? Mehr Marschelle, um den Stamm zusammenzuhalten. Dazu können Krieger nur ernannt werden durch einen Urteilskampf namens Kulrut. Ich habe einen Aufruf zum Wettkampf ausgesandt. Doch da Regala vorhat, mich zu untergraben, wird sie gewiss dort angreifen. Sie will mich vor den versammelten Clans töten. Und du willst mich als Leibwächterin? Nein. Du verteidigst die Kulrut. Doch da ist noch mehr. Aus Angst vor Regalas Angriff, weigert sich einer der Clans, seine Kämpfer zu entsenden. Du musst nach Norden und zwinge Tekroti, den Kommandanten des Himmelsklans dazu, seine Besten zu schicken. Ich soll ihn zwingen? Tu, was immer nötig ist. Ich kann die Kulrut nicht mit nur zwei von drei Clans abhalten. Marschall Kotalo wird dir helfen. Er wurde im Fahrlicht verkrüppelt. Aber er ist nicht nutzlos. Ich habe ihn nach Norden ins Dorf Steinqual geschickt. Triff ihn dort. Dann führt er dich zur Festung des Himmelsklans. Falls du Fragen zu deiner Mission hast, stelle sie jetzt. Ich tue, was du willst und gehe nach Norden zu Tekroti. Aber vergiss nicht unsere Abmachung. Ich werde mein Versprechen halten, wenn du Erfolg hast. Sprich mit Dekka, wenn du rausgehst. Sie wird dich für deine Reise ausrüsten. Keinen Schritt weiter. Die T-Nackt dulden keine Fremden in den Clan landen. Ich habe Transitrecht von Marschall Verscharf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Gruda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich werde dran denken. Das Tal wimmelt von Regalas-Rebellen. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen Maschinen hier durchbringen. Manche reiten sie. Andere treiben sie voran. Einige zerlegen sie sogar. Und holen sich ihre Kanonen. Es wird keine leichte Reise. Wir sollten aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Dekote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Nicht so schnell. Ich brauche etwas mehr als das. Und, wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Oder uns heimlich vorbeischleichen. Keins davon wird einfach. Ist es nie. Hm. Bringen wir es hinter uns. Du da! Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clankommandanten. Ich dachte, alle Marschalle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Und die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Ich übernehme das Reden bei Dekote. Wir werden sehen. Wieder da. Das war also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Wir wollen zu Dekote. Lasst uns rein. Der Sohn des Himmelsclans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulruth. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Grudda bei der Gesandtschaft. Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hecaro aus. Mit allem Respekt. Wir erhalten unsere Kämpfer hier. Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Die Wachen sagen, du kriegst an der Mauer rum wie eine Ratte. Was? Den Namen der 10 hast du vor. Ticote sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Hab's nicht vergessen. Also? Reißen wir es ein. hast du dir den kopf angeschlagen ich meins ernst etwas aus der alten welt steckt da drin fest und es hat eine energiezelle wenn ich die sprenge könnte ich die erste schicht fels und metall durchdringen selbst wenn es stimmt was du sagst wäre dazu eine kanone nötig und du sagtest die rebellen holen sie sich von den maschinen im tal kommit nein ich mache nicht mehr mit bei diesem irrsinn hecaro hat ihr befohlen mir zu helfen willst du ihm trotzen wie dieser arrogante dreckskerl das war ein gemeiner vergleich ja jetzt haben die rebellen wohl jede menge feuerkraft so Das Ding hat welche, aber es wird nicht leicht zu erlegen sein. Ich erledige den Großen. Übernimm du die anderen. Ich folge dir. Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Das wird nicht funktionieren. Was für ein Anblick. Zwei Kinderspielen belagert. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Tecote. Noch kannst du Hecaro Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde. Sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Das ist deine Chance. Das ist deine Chance. Was hast du getan? Keine Mauer zum Verstecken mehr, Daticote. Jetzt musst du zu Hecaro. Niemals. Niemals, wir... Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt. Solange der Clan sicher sei hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben. Als Schachfiguren für Dicotes Pläne. Aber wenn du nach ihm sehen willst, sprich mit Gerra, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hecaro. Wir sehen uns zur Kulrut. Gut. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Elloi. Du hast Berge bewegt, um den Himmelsclan zu besiegen. Buchstäblich. Gotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil. Andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kurtalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von Eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Dekka an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplan hin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben... Nicht schlecht. Wo hast du die her? ...haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Genagt! Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lasst die Beute los! Kämpfer! Tretet vor! Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm! Neue Anführer! Du armstらerst dichot- Da kommt sie! Was ist das? Ich weiß nicht. Los, bitte weg! Haltet die Stellung! Los! Höfling! Geh! Geh! Los, schnell zur Waffe! Ich blocke das Ding zu mir, dann schießt du! Hey! 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 Ja! Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hecaro hält, wird vernichtet. Das war's für heute. 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 Und eine Welt ohne Not und Krieg. Das war's für heute. 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 Oh! Das war's für heute. 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 Okay. So. Was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthier-Frequenz. Eluthier? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war. Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Koordinaten. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht ihr Eluthier? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Okay. Ich geh mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Ernd und Val sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu. Du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eluthier ist, dann hat sie Ärger. Und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang. Falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Gehen wir. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. War ja mal wieder klar, dass der Notruf an einem Elch steilen Berg kommt. Guck. recurring hispiläte Und du willst. Abschaum. Was ist das? Was zum Henker? Ist das zu fassen? Was ist das? 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 Ich weiß nicht, dass ich die Waffe habe. Die Waffe zu testen? Die Zinex haben einen Schild, der sie unverwundbar macht. aber die waffe hat ihn ausgeschaltet der aussehr an der sie bediente hat daten darüber weitergeleitet das ding war wohl nur ein prototyp ich kenne was leider zu machen erst ein paar versuche bevor es richtig losgehen kann es war wohl noch nicht serienreif sie suchte etwas das sie verloren hatte ihre drohne hatte den befehl das ziel zu finden das ziel ist dass die unterfunktion die wir suchen blutherr ich weiß nicht dann komm gehen wir zur wahl da geht's tief runter irgendwas hat sich in den berg gegraben sieht frisch aus was auch immer das war es war sehr mächtig die sinet die die rebellen töteten hatte ein gewisses ziel gesucht ich weiß nicht was es ist aber ich schätze es ist da unten ich will nicht überrascht werden wenn die anderen auftauchen melde dich per fokus wenn dir etwas auffällt okay wenn ärger auftaucht melde ich mich los geht's so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aloy, das bist du? Kalt wie Eis. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Wir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss noch das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Versehen. Sei vorsichtig. Sie sind gnadenlos und haben jetzt Eluthia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben. Sonst war alles umsonst. Viel Glück. Und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurück... Oh Mist, die können fliegen! Eloy! Eloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Errent? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bringen sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Nein! Verdammt. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und es gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Was ist los? Ist es eine Verletzung? Simulacrum Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint. Unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomme es hin. Ja. Fahre hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor tausend Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also... Sind die Nachfahren von Far Zenith und einem sterbenden Planeten geflohen? Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor tausend Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg... ...zu Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths damit? Als ich herausfand, dass das Zero Dawn System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erst mal. Willst du nach oben kommen? Oder... Also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch zwei weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen... Festen Ort gebunden, natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht, bei wer die Zeniths wirklich sind. Dazu kommen meine Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mithilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist so weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder. Wird sterben. Hey. Ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay. Ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm. Aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Hm. Ich komme später wieder und spreche mit dir. Vielleicht kann ich was rausfinden. Hey, Lery. Hey Lery. Wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. ja ich habe außerdem das hier die dazugehörige waffe hat einem sehen es irgendwie den schild abgenommen aber sie versagte und ist explodiert wenn wir die waffe nachbauen und verbessern können wir die sie jetzt vielleicht besiegen moment für es gern durch erledigt ein abgleich der ergebnisse mit daten eines fokus zeigt dass die waffe im vergleich zu sehen technologie sehr weit fortgeschritten ist aber nicht wie sie funktioniert hat die explosion die daten beschädigt es war nur ein auslöser in dem moment als die waffe versagte hat sie wohl einen befehl ausgelöst all ihre daten zu löschen anscheinend sollte das verhindern dass informationen über die waffe an den feind gelangen die konstrukteure dieser waffe wussten wie man spuren verwischt basierend auf deinen daten zu ihm komme ich zu dem gleichen schluss und er wird nicht mit uns kooperieren na ja ein versuch was wert aber das ist nicht alles die zine zahme lucia genau wie artemis und apollo das ist bedauerlich allerdings bleibt unser ursprünglicher plan unverändert die zwei nachrangigen funktionen sollten meine heuristische prozesse dichte erhöhen um hier festes absorbieren zu können ok eins nach dem anderen tja ich gehe wohl besser wieder raus viel glück bei deiner suche gut nicht schießen ich will nicht kämpfen die bewahren ist festgemagelt vorrücken ok wer auch immer die sind wir werden mit sicherheit keine freunde ein protokoll ich habe gerade mit der us robot command telefoniert die zeit läuft uns davon habe mich nicht getraut harris zu sagen dass unser heilmittel schlimmer als die krankheit sein kann auch wenn der mannsranken funktionieren müssen wir noch beweisen dass wir die pflanzen wirksam eindämmen können aber kabelsteam arbeitet drüben bei teststation efeu daran er wird es schaffen ganz bestimmt diamantranken noch ein geheim projekt sie haben hier die metallblumen und die ranken gemacht dann erfahre ich vielleicht wie man sie zerstört wenn ich teststation efeu finde und wie komme ich jetzt raus die schon wieder die schon wieder ich ergebe mich tu was du willst ich wollte nicht gegen deine freunde kämpfen sie griffen mich an wenn ich nur durch den tod dafür büßen kann ich werde dich nicht tüten ok ich will nur verstehen was hier los ist woher hast du diesen fokus ich gehöre zu den auserwählten den quen die ahnen haben uns allein die macht des fokus hinterlassen das auge dass das vermächtnis zeigt das vermächtnis das vermächtnis die wahrheit sie liegt in der dunkelheit und den ruinen zwischen der uralten asche und den knochen des vergangenen auf das es wartet als wahrsagerin muss ich sie suchen zum wohle meines volkes du suchst nach daten vielleicht können wir uns unterstützen wie heißt du alva zweite wahrsagerin in der ostexpedition ich bin aloy fangen wir von vorn an ich suche einen ort in diesem komplex namens teststation efeu hast du diesen namen irgendwo gesehen nein ich habe etwas entdeckt das wie eine karte aussah aber sie war unlesbar verloren vielleicht werde ich ja daraus schlau äh da jede menge dateien ich habe sie durchgesehen schau im abschnitt th anlage wie gesagt verloren du siehst die karte nicht du siehst dein fokus ist ein frühes modell dein betriebssystem kann dateien von nachmitte der 2050er nicht lesen aber ich kann sie mit dir teilen sie teilen du siehst das verlorene und verbotene weder verloren noch verboten nur ein neueres format da dort muss ich hin aber das geht nicht wir versuchen seit einer woche tiefer in den komplex zu gelangen der weg ist durch geröll blockiert was ist mit dem tunnel er wird von hier freigeschaltet nein ich hielt die da für eine art zugangskontrolle aber ich konnte nicht genug daten zum bedienen lesen versuchen wir es mit meinem fokus ok das kann nicht gut sein sie fliegen mehrmals am tag im komplex ein und aus nur die ahnen wissen warum die ahnen sind tot alva natürlich wie könnten sie sonst ahnen sein wir haben wohl dringendere probleme folge mir bist du bereit bei zwei eins zwei leitet am anderen im schwachstellen test szenario zwölf c fünfzehn ein aus ok dort müssen wir hin Initiativierer Umwandlungsprozess. Initiativierer Biomasse-Umwandlungsprozess. Was? Nein, 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 nein! Wie schalte ich dieses Ding aus? Abfallsicherung überschritten. Test kann nicht abgebrochen werden. Was ist das? Das Ende der Welt. Test abgeschlossen. Struktur der Integrität mit Diamant-Ranken. Nicht veranträchtigt. Was war das da gerade? Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Und der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht füllen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie... wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder... verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären, aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht... Ich muss etwas zurückbringen. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber... Jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Was hast du getan? Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie... ...hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Alva! Stopp! Nicht schießen! Beim Wort der Ahnen! Sofort aufhören! Komm! Schau dir an, auf wen du geschossen hast! Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet! Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm! Sieh sie dir an! Siehst du es nicht? Elisabeth Sobek steht vor dir! Eine wiedergeborene Ahnin! Wahrsagerin! Wir sollten die Ahnin zurückbringen! Wir folgen ihrem Wort, Kommandant. Und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobek! Der Glaube unseres Volkes ist stark. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir! Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobek schätze ich aber... Bitte! Ich muss es wissen! Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate... Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen! Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnis zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dort hinzugehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche für den Fall. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und... Der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin! Was dauert da? Bitte! Geh! Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Und das würde... Wenn du noch wieder in den nächsten Teil'n vollkommen bist. 来! Hiii! Alles Gute, Isaac! Papa liebt seinen großen kleinen Mann! Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaub das beruhigt sie. weißt du ich hab das auch oft angesehen wann immer ich mich etwas ablenken wollte aber es gibt etwas das du mir sagen willst während du fort warst kam ich hier runter um nach ihr zu sehen wir kamen ins gespräch stimmt später sie hat überlegt wie wir hier feste schnappen könnten und die daten von gaia studiert aber wir haben angefangen über andere dinge zu reden also um uns einfach etwas kennenzulernen ja und dann sagte sie mir dass eine der sinis sich etwas von den anderen unterscheidet du hast sie gesehen im hardes testlabor sprich weiter auf dem weg zur erde zeigten die sinis nie ihre gesichter mein servitor sehr bezeichnete sie jetzt meine wohltäter und versprach ich würde sie treffen wenn ich genug gelernt hätte und dann eines tages öffnete sich ein datenkanal in meinem trainings interface und darin wartete tilda auf mich in einem virtuell nachgebildeten haus auf einer klippe hoch über dem meer es war wunderschön sie zeigte mir gemälde bücher medien dateien wir trafen uns dort viele male heimlich doch ein paar monate später kannst du uns sagen warum beta ich habe daten über tilda im hardes testlabor gefunden ich denke sie war die verbindung zwischen phasenith und zero dawn sie kannte elizabeth so vieles sicher vielleicht trat sie deshalb mit dir in kontakt tilda hat also einen virtuellen raum erstellt wo sie mit dir reden konnte ein haus auf einer klippe und später schloss sie dich aus aber außer der tatsache dass tilda elizabeth kannte weißt du nicht wieso sie all das tat nein okay ich suchte mögliche gründe für ihr verschwinden aber was immer ich falsch gemacht habe ich weiß nicht was als ich die anderen traf ignorierte sie mich als hätte der datenkanal niemals existiert nichts von dem ist wichtig tilda ist genau wie die anderen das hilft uns nicht sie zu besiegen okay dann lassen wir es dabei was ist los ich versuch's war aber sie ist eine harte nuss ich es kehre jeden tag draußen in der wildnis mein leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert wie hoffnungslos alles ist es tut mir leid dass sie so schwer hatte aber sie ist wirklich keine hilfe du wirkst immer so als hättest du alles im griff da vergisst man manchmal was du durchgemacht hast vor kurzem hat es dich so schwer erwischt dass du nicht einmal mehr gehen konntest und noch was als ich dich damals beim testlabor aus dem wasser gezogen hat hast du rost namen gemurmelt du hast nie von ihm erzählt doch er hat dich aufgezogen trainiert du musst ihn sehr vermissen natürlich durch das aber ich habe gerade keine zeit daran zu denken ich muss wieder daraus gehen okay ich arbeite weiter mit beta da ja sagt sie weiß viel über zero dawn vielleicht braucht sie nur zeit um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit hefestes sicher aber so lange warte ich nicht ich hatte sie fast ich war so nah dran haben wir trinken vielleicht nicht nicht an den glimmern morland es ist vorbei nein nicht für mich dann wirst du sterben allein denn wir bleiben nicht hier um die leiche heraus zu fischen wir sind fertig so stand das schicksal des visionärs auf messers schneide würde er das leben wählen oder dem tödlichen wahn unterliegen hallo also eine alte stadt unterm sand aber überflutet plötzlich taucht eine nora schwer jungfer ja schon gut also ihr seid schon mal keine normalen stöberer so viel steht fest ich nenne es tauchblase das ist modell 1 modell 2 war besser ist aber stecken geblieben der luftkanal blieb hängen du bist getaucht damit ja ein laie versteht wohl kaum was das ist ziemlich schlau tut mir leid nur zur erinnerung du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken es müsste natürlich tragbar sein ein maschinenknie vielleicht man braucht einen filter eine synthetische membran reicht mit einem schlauch zu einer druckluft kapsel hammer und hammer was ist das was passiert hier gerade komm hier rüber sie ist eine fremde wie heißt du aloy morland sie ist keine fremde mehr verdammter idiot na los ich hab noch die original skizzen hier oh warte vorher habe ich ein paar fragen in ordnung partner 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 ignore es dann hole ich mal diese teile im modell 2 befindet sich eine intakte druckluft kapsel aber wie gesagt es steckt im schacht fest wenn du von dort lebend hochkommen konntest kann ich runterschwimmen okay für die anderen teile könnte sich eine herde eignen die stemmo südlich von hier gesichtet hat in ordnung gut komm zurück wenn du alles hast gute jagd ich hab alles nötige für den bau der äh der unglaublichen tauchermaske ich glaube tauchermaske sollte reichen streiten wir nicht die werkbank gehört dir meine güte ein wunderwerk wenn sie funktioniert darf ich auch ich will nach unten und diese glimmer holen falls ich nicht ertrinke und was genau suchst du eigentlich da unten ist schwer zu erklären etwas das einen fehler im kontrollapparat der alten stadt verursacht hat was zur überflutung führte ich dachte wir waren der grund hätten eine falle ausgelöst ich weiß nicht wie wir entdeckt wurden wie gesagt die tanzenden lichter veränderten sich zu meeresleben dann kam ein roter blitz das donnern einströmenden wassers moment ein roter blitz ein rotes licht aus der nähe des gitters am boden wo das wasser durchschoss wie ein signalfeuer oder eine warnung danke das könnte helfen das hoffe ich viel glück da unten die 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 Okay, wo Seidon ist dort entlang? Aber wo ist die Maschine? Eloy, welch ein Wunder! Komm schon, komm schon. Hey, warst du das? Hast du das Wasser gesenkt? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Ja, es wird schwierig ebenso an die Glimmer zu kommen. Als die rauf lustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier. Und feuert, wenn ich angreife. Geht es euch gut? Mehr als nur gut. Das... Du... Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir! Wirklich... rührend. Aber wir können uns einfach... schnappen, wofür wir hier sind und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komm ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Hof, wenn du uns brauchst. Danke. Die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich hab mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall her kommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Et wohl, mein Herr. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Oh. Oh. Aloy. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben, bei dem Vorhaben es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Es ist zu groß, um es zu beamen. Und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden? Gemini. Eine verlassene Bootstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Ich kenne den Ort. Bei der Hauptstadt des Wüstenclans. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen. Um es zu Gemini zu tragen, brauchen wir zwei Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen. Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zenits werden dich finden. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Strom stößen? Die Zenits hinters Licht führen. Wenn Ahend, So und Kotalu sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Mit Betas Hilfe sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabe-Level. Aber es gibt kein... Ted Ferris Omega-Freigabe. Die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zenits. Laut ihrer einzigen Info war er in San Francisco. Mehr brauch ich vielleicht nicht. Alva, die Quillen-Wahlsagerin sagte, ihre Leute hätten bei Landwahl eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin... Kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Und dann schau's. Ich versuch's. Das hier ist Landfall, richtig? Ich suche nach Alva. Aufseher Bohai hat uns angewiesen, dich vorzulassen. Solltest du kommen, bitte, komm mit mir. Los, sag ihm, dass wir kommen. Sie ist es! Die Wahrsagerin hatte recht. Aufseher Bohai! Eine Fremde ist gerade durch das Tor gekommen. Ich wusste, Alva würde nicht lügen. Du siehst aus wie Sobek. Ist Alva hier? Ich muss mit ihr reden. Ich werde deine Bitte überdenken, wenn klar ist, was du bist. Eine lebende Ahnin, wie Alva es glaubt, oder eine Gefahr lauernd in solch Gestalt. Ich bin keine Gefahr, okay? Damals auf dem Festland schossen eure Soldaten ohne Warnung auf mich. Das sagst du, Ungläubige. Keiner, der dabei war, hat überlebt und kann es bezeugen. Ich zögerte bei eurer Truppe, als... Und das ist unser Ehrenwärter, Xi'o. Also, hier ist sie. Unser großes Rätsel. Na, Bohai, was hast du geweissagt? Was ist sie? Ein wirkliches Rätsel, mein Xi'o. Wie kann sie als Sobek erscheinen? Und nichts von uns wissen? Sollen wir glauben, dass eine lebende Ahnin in dieses elende Land geboren wurde? Einen Ozean entfernt vom Reich der Auserwählten? Und wenn ja, dann wofür? Ich kann nicht antworten. Nur sie kann das. Aber ich warne dich. Lügen werden uns nicht reichen. Nun, sprich. Warum bist du hier? Was sind deine Absichten? Ich suche nach einem Ort namens Theben. Und wonach suchst du dort? Alva hat mir angedeutet, wonach du suchst. Ich glaube, man könnte sagen, ich will dasselbe wie ihr. Ein Weg finden, die Welt zu heilen. Ganz wie erwartet. Sag's ihr. Wir haben Theben, die Ruhestätte von Ted Farrow's Geheimnissen, gefunden. Es ist nicht weit. Doch der Weg ist uns verschlossen. Maschinenangriffe haben uns von dem Ort abgeschnitten. Die Wahrsagerin Alva ist dort, zusammen mit einigen Bergleuten und Soldaten. Geht es ihr gut? Unsere Späher berichten, dass eine Maschine unsere Leute festgesetzt hat. Hinter ihren Linien. Aber sie halten sich dort. Maschinen, ja? Dabei kann ich helfen. Alva sagte uns, dass du wirklich beachtlich bist. Aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wir beantworten, was wir können. Welche Maschine hat eure Leute bei Theben in die Enge getrieben? Ein Donnerkäfer. Wir haben mit ihm zu tun gehabt, aber dieser hier ist... Hartnäckiger, stärker und trägt schwarze Rüstung? Ja. Woher weißt du das? Ist doch egal. Wird nicht einfach, aber ich nehme ihn mir vor. Dann ist uns das Schicksal so gewogen, wie ich es wusste. Eine lebende Ahnen wandelt jetzt unter uns. Und sie wird mir helfen, die Geheimnisse von Theben zu enthüllen. Stocke hier, falls nötig, wieder auf. Dann auf nach Theben am Fuße der Pyramide in den Ruinen. Wir kommen nach, wenn unsere Wächter sagen, dass der Weg frei ist. Alva, zum Glück geht's dir gut. Oh, du hast diese Maschine erledigt. Aber was machst du denn hier? Ich brauche etwas, das aus Theben stammt. Ich war ein Landfall. Traf deinen CEO. Wir haben uns irgendwie geeinigt. Und du hilfst uns reinzukommen? Vermutlich, die Sache war recht ernst. Irgendwie ist der Kerl komisch. Und ich verstehe nicht, was er in Theben sucht. Ich dachte, wir hätten die Daten für den Volk auf dem Festland gefunden. Es wird Jahre dauern, die Daten zu sichten. Der CEO will schnellere Ergebnisse. Aloy, du musst vorsichtig sein. Er ist... Da sind sie! Dem Vermächtnis nach hat Elisabeth Sobek den Ahnen geholfen, die Hindernisse zu beseitigen. Wie es auch heute geschehen ist. Du hast ein Wort gehalten. Das freut mich. Theben wartet auf uns. Wollen wir? Was, eine Ausgrabung. Viel davon war überflutet. Wir mussten eine Menge Wasser rauspumpen. Siehe her. Die Tür von Theben. Eine Tür wie keine andere. Da hast du wohl recht. Nur ein Mann kann sie öffnen. Ted Farrow. Doch dem Vermächtnis nach arbeitete er eng mit Sobek zusammen. Er vertraute ihr. Mit Sicherheit kann sie die Tür öffnen. Und du auch. Sicherlich. Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht von der Seite. Du sagst es, sie sei eine lebende Ahnen mit Sobeks ewiger Essenz. Äh, wenn ich darf? So großartig Farrow auch war. Er hat diesen Palast doch nicht allein errichtet. Das wissen wir aus den Datenfragmenten. Den Daten, die uns an diesen Ort geführt haben. Und wir fanden Hinweise auf unterirdische Gänge. Vielleicht waren sie für die Arbeiter gedacht. Äh, oder für Diener. Wir können sie nicht nutzen. Der Weg ist geflutet und sie sind tief unter Wasser. Aber. Ja. Ich kann sie nutzen. Vielleicht gibt es da unten noch einen Eingang. Siehst du? Bei Sobek gibt's immer einen Ausweg. Tu, was du tun musst, damit wir da reinkommen. Die Tür ist offen. Das Schicksal ist mit uns. Ich wusste, du schaffst es. Was ist hier los? Der Sio macht sich bereit für Theben. Oh, warum siehst du aus wie Ted Farrow? Ich bin Farrow, der Neue. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen, die seine geblieben. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Ich brauche sein letztes Testament. Seine dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt, da die Tür geöffnet ist, sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein, wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Farrow es tat, die Welt. Okay. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Farrow wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich. Der Erneuerer. Der Größte der Ahnen. Der Mann, der die Welt gerettet hat. Und du. Du verstehst, Sobek. Du bist sie. Farrow's Vorbotin. Assistentin. Komm. Wir steigen gemeinsam nach Thebenina. Wie es sein soll. Bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Farrow. Du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Nein, 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 nein. Nein, das ziehe ich nicht an. Niemals. Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Sonst was? Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Ich trage deine Kleidung. Ich trage deine Kleidung. Ich trage deine Kleidung. Sehr gut. Fahren wir fort. Hey. Das ist merkwürdig. Ja, ich habe versucht, dich zu warnen. Ja, quasi. Wenn wir lange genug überleben, erkläre ich dir alles. Die da sehen wirklich bedrohlich aus. Ha. Statuen. Die Wächter von Pharoos Gebiet. Das sind keine Statuen. Pass auf! Bring jetzt sie unsicherheit. Dann hängt es wohl an uns. Was ist das? Ein Thron mit Rückenlehne. Daran ist eine Maschine befestigt. Was die wohl macht? Ich weiß, dass du etwas gesehen hast. Liefern die Daten eine Erklärung für den Zweck dieses Geräts. Ich glaube, Pharovan Behandlung, um sein Leben zu verlängern. Sehr zu verlängern. Wirklich? Könnte er noch am Leben sein? Red keinen Blödsinn. Wenn er überlebt hätte, hätte er seine Essenz behalten. Dann hätte er sie nicht an mich vererbt. Vergiss nicht, dass er der Erneuerer war. Er hätte sich bei der Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod durch nichts aufhalten lassen. Aber nicht für sich selbst. Alle seine Taten waren auf einen Neuanfang ausgerichtet. Für uns, die Gwen. Und für seinen wahren Erben, mich. So langsam glaube ich, du hast recht. Du hast wirklich viel mit Ted Farrow gemeinsam. Ich wusste, dass du mir zustimmen würdest. Fahren wir fort. Seine Geheimnisse. Wart. Was sagst du zu deiner Verteidigung, Ted? Sonto und sein Kind sind tot. Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit. Für die Zukunft. Das ist ganz Ted. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Läs Zukunft. Läs Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Sonto sagte, dass ich nicht mehr alt habe. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Ich muss nur abwarten, bis die Mutationsjungen aufgehört haben. Zeit. Und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor. Damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe. Damit ich die Kinder begrüßen kann. Sie brauchen mich. Meinen Rat. Meine Flüge. Dann bin ich nicht mehr allein. Geheimnisse. Geheimnisse. Sind sie hier? Äh. Nicht die, nach denen du suchst. Dann müssen sie... ...da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Na, endlich! Pharoos Vermächtnis gehört mir! Was ist das? Das ist er. Verbrennt alles! Warte, nein! Pharoos hat es so manipuliert, dass es zerst... Erledigt sie auch. Keine Zeugen. Vereilung, Sir! Da los! Aus dem Weg! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was ist passiert? Wir haben was gefunden, das hilft. Nicht mit deinem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der Siao? Er ist... Tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Was? Nein! Nein! Der Siao war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Phantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Moment. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der Siao alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber, was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber, Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns, so ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva. Alva. Ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Barl. Ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen. Barl gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Beiloy. Ich weiß, dass Theben dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen. Oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren, wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zenith uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobek-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lang dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Okay. Val, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung? Und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zenith nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Errend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy, mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein. In eine Zelle stecken. Eine Sklaven. Für immer. Wir haben einen sicheren Plan. Und du hast bei ihm geholfen. Ohne dich dort, werden wir höchstwahrscheinlich von den Zeniths entdeckt. Aber mit dir ist das Risiko viel geringer. Wir holen Hephaestus, hauen ab und kommen wieder her. Das klappt schon. Nein. Das kannst du nicht wissen. Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Beta. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elisabeth würde? Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elisabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich hab alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine ausgestoßene, gemieden und isoliert. Genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt? Beta. Du bist nicht kaputt. Beta. Schau. Dir fehlt kein Teil von Elisabeth. Der Unterschied ist, ich hätte ihn. Rost. Er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll. Oder nett? An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre ... ... immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Er scheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich geh mit. Wie du sagst. Die Chancen stehen gut mit mir. Wir müssen es schaffen. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja. Ja. Sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Sines uns finden. Ich will nie wieder ihre Sklaven sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. 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 Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Ich bin bereit. Hey, Gaia. Also, Beta und ich. Du hast bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten. Freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Okay, Leute. Zeit, loszugehen. Ich rufe alle zusammen. Ich rufe alle zusammen. Ich rufe alle zusammen. Alles klar. Verbindung hergestellt. Fahre hoch. Beta? Aloy? Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Schön, deine Stimme zu hören. Aaron, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, ähm, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und meins auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Geier, schnappen wir die Bestie. Ich verbinde mich jetzt mit dem Brutstätten-Netzwerk. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Freigabe bestätigt. Initiiere Eindämmungs-Sequenz. Kritische Bedrohung erkannt. Dringend Eindämmung entgegen. Stärke Gegenwart. No! Ausschalten! Kappe externe Babylon. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Ergreifungsschäme vor. Iniziere Eventualfall. 13.11. Halt! Was ist das? Malware entdeckt. Versuche Entfernung. Eindämmung. Ein Riss? Ja! Anlage aktiviert. Stärke Autonome Verdeidigung. Anweisung Neutralisierung. Also sind Maschinen auf dem Weg. Achtung! Na kommen sie! Der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Alles bereit. Gaia, stell die Verbindung her. Fertig. Fertig. Na et Anti-Martin! Die Verbindung her. Die Verbindung der Welt. Neutralisierung. able ich nicht entriste? in addi. nu Te substantive ist. Eloy, Gott! Oh, hallo, Redundante Kopi. Du hast uns recht viel Zeit gekostet. Erik, hol Beta. Und zerquetsch diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Los, hinter mich. Los, mit dem Blödsinn. Das gibt dir Spaß, oder? Nein! 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 Noch endlich. Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit. Tilda! Ich habe versagt. Nicht alles ist verloren. Tilda! Lasst du Teufel, lasst du! Ich sehe sie nicht mal! Ich sehe sie nicht mal! Ah! 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 Wo bin ich? Wo ist sie? Im Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnenweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück. Okay. Da bist du ja. Geht's dir besser? Wie hast du uns gefunden, an der Brutstätte? Und was hast du mit den anderen gemacht, bevor ich in Ohnmacht fiel? Gleich zur Sache, verstehe. Tja, sagen wir einfach, wir haben schon ein Auge auf, wie fest es. Weil wir wussten, dass wir ihn brauchen würden. Wir sind nicht auf dich reingefallen. Und was mein... ...klein Trick angeht. Es war eine sensorische Überlastung. Und eine Energieentladung. Gérard und Eric waren nur kurz desorientiert wegen ihrer Schilde. Aber du wurdest ohnmächtig, als ich dich rausholte. Vielleicht geht es dir nach einem Frühstück besser. Das war dein Haus. Du hast es für Beta und dich in eurem Datenkanal erbaut. Wie scharfsinnig von dir. Bitte hier lang. Nach allem, was dein Volk getan hat? Glaubst du etwa, ich setze mich hin und rede mit dir? Das ist nicht mein Volk. War es nie und ist es auch jetzt nicht. Du bist mit ihnen ins Weltall gereist. Und hast 1000 Jahre mit ihnen gelebt, vor deiner Rückkehr. Was hat deine Meinung plötzlich geändert? Ganz einfach. Das hier. Mein alter Fokus. Repariert. Das heißt, du hast... ...unglaubliches gesehen. Was du in zwei Jahrzehnten erreicht hast? Ich habe 1000 Jahre hinter mir und komme nicht mal entfernt daran. Tut mir leid, deine Privatsphäre zu stören. Doch ich musste... ...um es zu verstehen. Um erleuchtet zu werden. Du bist wirklich von... ...Elizabeths Blut. Hast ihren Ehrgeiz, ihre Überzeugung. Ihre Integrität. Nachdem ich all das gesehen habe, schäme ich mich für meine Begleiter. Ich will dir jetzt wirklich nur noch helfen. Auch wenn du deine Freunde aufhalten musst? Dann ganz besonders. Bitte, setz dich. Dort. Schon besser. Also... ...wir müssen Beta und Gaia unbedingt befreien. Du weißt bestimmt, dass Gerard die Biosphäre der Erde mit Gaia neu starten möchte. Und die Welt so gestalten will, dass sie nur noch für uns unsterbliche Ideal ist. Dabei sterben alle Lebewesen auf dem Planeten. Er nennt es eine Neuinstallation. Nicht, wenn ich ihn aufhalten kann. Nicht, wenn wir es tun. Und wenn er und die anderen tot sind? Lassen wir gemeinsam Elisabeths Traum wahr werden. Beta hat dir bestimmt gesagt, dass es auf dem Schiff eine Version der Apollo-Datenbank gibt. Eine vollständige Sammlung menschlichen Wissens. Damit und mit Gaia könnten wir Elisabeths Ziele erreichen. Die Biosphäre heilen, die Menschen dieser Welt bilden, sie aufrichten. Die Welt ihrer Träume erschaffen. Lass uns nicht vorschnell handeln. Soweit ich weiß, sind deine Freunde unverwundbar. Bitte hör auf, sie meine Freunde zu nennen. Und sie sind nicht unverwundbar. Einer deiner Freunde hat einen Weg gefunden, sie zu besiegen. Silence. Oh, er war wirklich fleißig. Er sammelt eine Armee, die Gerards großartige Basis dem Erdboden gleichmacht. Ja. Regala und ihre Rebellen. Sogar jetzt plant sie einen letzten Angriff auf die Tinnaktaubstadt. Sollte sie gewinnen, kontrolliert sie den gesamten Stamm. Hunderte Krieger und Maschinen, die die Basis angreifen. Sie irrt sich. Sie werden alle sterben. Es sollte reichen, um Gerards Abwehr zu durchbrechen, damit Silence ihn töten kann. Ihn und alle anderen. Mithilfe der neuen Waffe, die er entwickelt hat. Ja, er hat einen Weg gefunden, unsere Schilde zu umgehen. Ein außergewöhnlicher Mann, er hat alles eingeplant. Außer dich und mich. Während also seine Armee, Gerards Verteidigung durchbricht, schleichen wir uns durch die Hintertür rein. Einer, die nur ich kenne. Während Silence und meine Freunde gegeneinander kämpfen, holen wir uns Beta und Gaia. Ich habe gesagt, dass ich helfen will. Ich meine es ernst. Erst Wahl. Dann Heikau und die Tinnakta. Dein Plan würde einen ganzen Stamm auslöschen. Es muss anders gehen. Wir befinden uns in einer wirklich schlimmen Situation. Aber es geht einfach nicht anders. Vergiss Zero Dawn nicht. Elisabeths Opfer. Manchmal müssen viele sterben, damit eine neue Welt wachsen kann. Wenn es unmöglich scheint, schau genau hin. Moment. Der Datenkanal. Den gibt es doch noch, oder nicht? Du musst ihn öffnen. Ich will mit Beta sprechen. Unmöglich, wir könnten entdeckt werden. Das Risiko ist es wert. Es geht auch anders. Dann können die Tinnakta überleben. Wir aber nicht. Wenn man uns... Wenn du helfen willst. Öffne ihn. Was machen Sie mit ihr? Ja, Assoziation durch virtuelle Realität. Die manuelle Verschmelzung von Hephaestus bedeutet stundenlanges, mühsames Mikro-Management. Wenn sie sich widersetzt, lassen sie Simulationen laufen, die Isolation und Verzweiflung hervorrufen. Beta, kannst du mich hören? Du lebst. Sie beobachten mich. Ich kann diese Projektion nicht lange aufrechterhalten. Er hätte mich töten sollen. Nein. Sieh mich an. Ich hol dich da raus. Versprochen. Okay? Halte noch etwas länger durch und arbeite an der Verschmelzung. Dann ist es vielleicht möglich. Ich kontaktiere dich, wenn es Zeit wird. Hältst du durch? Solange ich weiß, dass du kommst, halte ich alles aus. Nein. Nun gut. Ich hab getan, was du wolltest. Jetzt musst du mir sagen, was du vorhast. Ich nehme Silence seiner Armee weg. Ich brauche sie nicht. Nur die Waffe, mit der er eure Schilde durchbrechen will. Und wie willst du da rankommen? Ihn nett fragen? Ohne Regala und ihre Rebellen hat er keine Wahl. Wir sind seine einzige Option. Die einzige Option wofür? Was hast du ihr gesagt? Das geht nur mich und meine Schwester was an. Ohne uns kommt Silence nicht in die Basis hinein. Alles andere erzähle ich später. Aber zuerst muss ich ein paar Sachen erledigen. Oh. Und die Wehren? Mein Freund zur Ruhe wecken. Und dann werde ich Betas Überbrückung von Gemini nutzen und Regalas Rebellion beenden. Aus der Luft. Moment. Weil du es unbedingt auf deine Art machen willst. Ich weiß, wie du mit den Tenakt einen großen Auftritt hinlegen kannst. Die alten Horus Titan haben noch elektromagnetische Energiezellen in ihrem Arsenal. Wenn du eine davon auf Regalas Armee wirfst, erleben sie ihr blaues Wunder. Tu, was du tun musst. Ich komme zu deiner Basis, falls du Silence überzeugen kannst. Nicht falls. Wenn. Wer verletzt ist, muss zurückschlagen. Blut sehen. Hey. Kann ich nicht mal eine Sekunde in Ruhe trauern? Regala wird meinen Stamm auslöschen, um Hecaro zu stürzen. Die Zenith haben Beta und Gaia. Wir können uns nicht einfach in Trauer ertränken. Kotalo hat recht. Wir müssen kämpfen. Okay. Was haben wir vor, he? Treten wir gegen alle Rebellen an? Von den Zenith ganz zu schweigen. Was können wir schon ausrichten? Sollen wir gegen ihre Mauern rennen? So in etwa. So. Nachdem der Kontakt abbrach, haben wir uns nach Gemini aufgemacht. Was ist passiert? Die Aufzeichnung auf Val's Fokus brach ab, als der Zenith Eric... Die Zeniths haben Hephaestus verfolgt. Als Gaia ihnen Gemini einfing, wussten sie, dass wir da waren. Nachdem Val sie aufhalten wollte, haben sie Beta und Gaia entführt. Ich habe nur überlebt, weil ein Zenith sich gegen die anderen gestellt hat, um mich zu retten. Ein Zenith? Nun, immerhin haben wir dich nicht auch verloren. Was sollen wir nun tun? Wir werden die Zeniths besiegen. Und Beta und Gaia zurückerobern. Aber erst müssen wir Regala aufhalten. Wie? In Gemini machte Beta mir ein Geschenk. Ich muss es erst ans Laufen kriegen, aber es könnte das Blutvergießen beenden. Gerüchten zufolge bereitet Regala ihre Armee auf einen Großangriff auf den Hain vor. Ich muss dorthin. Ich weiß. Los. Stehe Hecaro bei. Und behalte den Himmel im Auge. Folge den Wegen der Zehen. Und die anderen? Was auch immer ihr braucht, bereitet euch vor. Verbesserungen, Vorräte. Legt los. Bald werden wir gegen die Zeniths kämpfen. Wir sind bereit, Aloy. Wenn du bereit bist, triff mich am Ostausgang. Ich möchte unter vier Augen mit dir reden. Selbst in der größten Dunkelheit bist du die Flamme, die den Weg vor uns erleuchtet. Sag mir nur eines. Werde ich ein paar Zeniths-Schädel spalten dürfen? Das dürfen wir alle. Gut. Wir kamen hierher, um uns um den Garten zu kümmern. Manchmal brauchte ich frische Luft. Manchmal haben wir uns den Sonnenaufgang angesehen. Als wir von Gemini zurückkamen, schien es passend, dass er hier beerdigt wird. Jetzt hat er immer eine gute Aussicht über Rheinklang und über den Osten, das heilige Land der Nora. Das hätte ihm gefallen. Er sprach oft von seiner Schwester, Vala. Und davon, dass sie ihre gelben Lieblingsblumen an ihren Speer gebunden hat. Ihre Mutter fand das nutzlos, aber Vala war stur. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Es war nicht leicht, aber ich habe die Blumen gefunden. Ihre Samen gesammelt. Wenn grüne Gliedmassen wecken, Wurzeln, faulen im Schnee, Wächst doch der Samen So sicher wie der Stein Aus Tod Entstieg neues Leben So ist es mit dem Land Und so ist es auch mit uns Ich erwarte ein Kind, Aloy Ich wollte es ihm sagen, wenn er von Gemini zurückkehrt Jetzt werde ich unser Kind eines Tages herbringen Wir werden zwischen den Blüten sitzen Und den Sonnenaufgang anschauen Ich konnte ihm nie Nie danken Er hat mir das Leben gerettet, aber er hat Mich auch nie aufgegeben Er wusste es immer Lebt wohl, Val Ich verspreche, ich passe auf sie auf Ich verspreche, ich verspreche, ich verspreche Regala ist drin Bald wird Hecaro tot sein Es ist vorbei, Kaplan Ich lasse sie jetzt fallen Okay, los Wie saß sie? Das ist Aloy Sie fliegt auf den Flügeln der Zähnen Die Zeiten ändern sich Vorwärts! Schluss, Hecaro Knie nieder, damit ich dir den Tod schenke, den du mir verwehrt hast Sie sind aus! Sie sind aus! Die Maschinen! Sie sind alle, alle aus! Was? Wie ist das möglich? Regala! Genug Blut vergießen! Wir klären das jetzt Du und ich Das sagt sich so leicht, wenn man auf einer Maschine sitzt Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit haben Ich brauch keine Hilfe, um dich zu töten Gut Ich nehme die Herausforderung an Und wenn ich mit dir fertig bin Werde ich weiter schlachen Das werden wir sehen Es gibt ein Duell Niemand mischt sich ein Das ist ein Duell Duell Ich nehme die Die Duell Die 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 Und wieder Knie ich vor Stiefel, Leckern und Feiglingen Aber gern Schlagt zu Halt den Mund Verräterin Du bist auf den Flügeln der Zehn hergeflogen und hast sie herausgefordert, also entscheidest du über ihr Schicksal Ich habe sie verschont, das hat es nur schlimmer gemacht Sie war meine beste Marschallin Welch Verschwendung Sie ist auf jeden Fall gefährlich Aber vielleicht brauche ich genau das Feiglinge, was müsst ihr jetzt noch diskutieren? Ob du stirbst oder nicht Mit deiner Rebellion hast du einen Stamm zerrissen, nur aus Mord und Rache gelüsten Vielleicht verdienst du nur das Recht, hier zu sterben Oder vielleicht kannst du deine Wut auf den wahren Feind umdenken Du willst dich mit ihr verbünden? Wie kannst du ihr vertrauen? Trotzdem, was sie getan hat, hat sie nie ihr Wort gebrochen Und gibt sie ihr Wort Ich werde nicht um ein Leben betteln Entscheidet euch Ich bin nicht hier, um dir deine Verbrechen zu vergeben Aber vor uns liegt ein Kampf Gegen einen Feind, der stärker ist, als du es dir je vorstellen kannst Und ich brauche Leute Einen Trupp Die bereit sind, alles zu geben Ich will deine Gnade nicht Das ist keine Gnade Der Kampf, von dem ich spreche Wir ziehen in einen Albtraum Ein besserer Tod als dieser Ja Mein Blut ist dein Deine Feinde sind mein Komm in unsere Festung In den Bergen bei Rheinklang Sie soll alleine reisen? Ohne bewaffnete Wache? Die braucht sie nicht Ich werde kommen Du hast mein Wort Ich verlasse mich drauf Häuptling, das hier müsst ihr beide euch anschauen Im Thron sein Er hat sich unseren Wachen vor dem Hain ergeben Hat angeblich eine dringende Nachricht für die Fremde, die Regala besiegt hat Dann, sprich Die Nachricht ist nur für sie bestimmt Man kommt von einem Interessierten Ich brauche etwas Zeit allein Alle raus hier Steckt ihn zum Rest von Regalas Soldaten Wir sehen uns in der Basis Du hast den Stamm gerettet Lass mich dir auf deiner Mission helfen Nein Jetzt ohne Regala Kannst du dir die Zukunft bauen, die du dir erträumt hast Also mach dich dran Dann nimm bitte wenigstens das hier Rüstung für den bevorstehenden Kampf Mögest du geschützt sein Danke Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Silence Glückwunsch zu deinem Sieg Du hast die Tenakt für einige Wochen gerettet Leider hast du auch den ganzen Planeten, verdammt Falsch Ich brauche keine Tenakt, um die Sinets zu besiegen Oh, Aloy Hast du nichts über den Feind gelernt, gegen den wir kämpfen? Mehr als du, wo du dich doch in einem Loch versteckst Meine Idee ist einfach besser als alle, die du je hattest Na los? Nein, nicht hier Wir machen das auf meine Art Persönlich Mit der Waffe, die du entwickelt hast Und warum sollte ich zustimmen? Ich bin deine Chance, die Sinets zu schlagen Und die Apollo-Kopie von ihrem Schiff zu holen Wir treffen uns bei der Basis Die Berge westlich von Rhein-Klang Beuge dich dem unvermeidlichsten Silence Und halte dich an diejenige, die weiß, was sie tut Sei pünktlich Hey, der Besserwisser ist hier Du weißt schon, dein Fokus-Kumpel, der nie lächelt Äh, ich hab ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt Okay, danke Nun, Silence Hast du endlich eine Tür gefunden, die du allein öffnen kannst? Ich freue mich, dass es sie gibt So musste ich mich nicht mit deinen Freunden herumschlagen Genug geplaudert Ich denke, du schuldest mir eine Erklärung Deine Pläne für die Sinets-Basis Das stimmt Ich schulde dir was Einen Speer durch die Kehle, weil du mich belogen hast Dort im Hades-Labor Ich bezweifle, dass du mich deswegen hergebeten hast Nein Ich brauche deine Hilfe Also bekommst du eine letzte Chance Aber wenn du mich je wieder hintergehst Töte ich dich, egal wie die Umstände sind Verstanden? In Ordnung Obwohl wir beide nicht mehr viel Zeit haben, wenn du es nicht schaffst, dass wir in die Basis kommen Ey Leute, ein anderer Gast ist hier Sie, ähm, kommt zu dir Danke Gutes Timing Ehrlich gesagt Ich kriege uns nicht in die Basis Aber Daher werden wir die Auswirkung verbessert Wie können wir sicher sein? Soll ich es vorführen? Genug Ihr beiden Es geht uns alle an Zumindest jetzt Rede mit Ernd Sag ihm, dass ihr eigene Zimmer braucht Ich komm euch besuchen, wenn ich kann Oh nein, erst du. Okay, Leute. Ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute. Wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen. Unentdeckt. Wie genau. Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Sobald ich ihre Schilder deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay. Wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Ich sage Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit. Tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Ihr beiden? Auf ein Wort? Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Sine-Netzwerk zu infiltrieren. Wie? Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay. Aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen. Über die Sine-Netz. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Ich versuche es. Pass auf sie auf. Okay? Bei meinem Leben. Hey, Lord. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte Pattu nicht mit den anderen reißen. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Bestimmt. Da ist der Stadtturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Furtallo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Ernd, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensor-Knoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit er unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffnet den Kanal zu Beta. Nur Audio. Eloi. Wir sind hier. Und komm dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Alva und Furtallo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Ah, Eloi. Ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta. Komm, komm, komm schon. Was ist das? Unsere Armee. Du hast ihre Aufmerksamkeit. Sehr clever. Beta hat Hephaestus in die Druckermatrix der Basis infiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Komm schon. Gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Na los, gehen wir. Hier lang, Dämon. Das ist der Tod, der mir versprochen wurde. Los! 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 Ah, jetzt wissen wir, wer hier so viel Stress macht. Will das schon, Sintiag? Silence! Da kommen sie nichts. Könnten wir ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Das ist sinnlos. Du kannst uns nicht verletzen. Versteht doch, ihr seid Würmer, die sich durch Mauerritzen unserer Keller gezwängt haben. Silence! Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilde aufgebt. Man kann wohl sagen, dass sie ihren Platz in unserer Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. Ah, so. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute. Feuer frei! Sollen wir etwa Angst haben? Wir dürfen Jura nicht entkommen lassen. Es dauert nicht lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Dann kann er Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei. Bereit? Sicherere Geie an der Spitze. Ich halte Jura auf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. alles leben hier vernichten damit ihre schöpfer keine heimat finden aber elizabeths traum wird nicht sterben du kommst mit mir zu den stern und mit gaia werden wir eine neue welt erschaffen wo uns diese monstrosität nie finden wird was nein ich habe elizabeth geliebt mehr als du es dir vorstellen kannst ich habe sie zurück gelassen und sie ist mit dem rest der menschheit gestorben ein fehler den ich seit 1000 jahren bereue jetzt steht sie wieder vor mir nicht nur eine billige kopie sondern das abbild ihres selbst ich bitte dich nicht du kommst mit mir es mag der hat erscheinen aber ein paar jahrhunderten wirst du mir vergeben du kannst mich nicht zwingen tilda dein schild ist zerstört ich habe etwas besseres phantom prime zu mir das kommt mir bekannt vor Wollte sie dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen und hier und jetzt dabei sein. Hättest du das nicht sagen können? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest. Dass du versuchen würdest, die Tenak zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen. Und mit der Odyssey und der Apollo-Datenbank ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen. Eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda, lade ich dich höflich ein. Du willst einfach abhauen und alles zurücklassen? Bleib. Hilf mir, das Ding zu bekämpfen. Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elisabeth. Diese Entscheidung hat sie getroffen. Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Hier ist sie. Ist sie verletzt? Sie steht noch. Den Zähn sei Dank. Lebt wohl, Silence. Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Wo geht er hin? So weit weg, wie nur möglich. Ich... Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Du brauchst noch mehr einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Ich hoffe, es ist wirklich das Ende. Da sind so hart. Okay, ich bin da. Es gibt noch ein Kampf vor uns, Elisabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen, sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein. Und gestern zu kommen, wenn du dich sonst nicht mehr hilfreichst, Hor soci Crist mountain bearbo Chief entуем. Und diese propose wünschen Sie, um nochmals zu überstehen. Und bald ziemlich wenn du das Ganze mondial schlägt. breste Pit〜 Bin Und Plutide Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020